Hey Leute, wer ist Kenzo? Fx, du bist nicht bei uns. Ich bin Treck. Wer ist Kenzo? Keine Ahnung. Der ist sofort nachgejoint. Kleine Wick, oh. Kottli. 31, 21, 18, 12 oder 15. Ja, sorry, ich war lange nicht da. Wir waren auch hoch. Lange nicht da. Wortwörtlich. Nice one! Richtig gut, man. So proud. Dann nehme ich mal ein bisschen mehr mit, würde ich sagen. Vor allem, jetzt ist wieder Gommel schuld, ne? Nur weil er wieder das klicken vergessen hat. Moment, das Auto klicken. Ey, das habe ich nicht drin diesmal. Diesmal, wow. Ich glaube, ich könnte es reinmachen. Bau nach links schon. Habt ihr noch drin? GG! Nein! Mann, Deo! Was willst du denn? Ja, äh, Kotti, du darfst jetzt drei Leute holen. Ey, Kotti, du darfst wieder keinen Knockback bekommen. Kotti, du machst das, Kotti. Gib mal, Juni, gib mal drei Blöcke. Kotti, das sind Randoms. Weiß ich. Äh, ich glaube, wir haben vergessen Rot zu nehmen, oder? Ne, ich hab. Oh, nice. Ich hab noch nicht gesehen. Good game. Alles klar. Also, ich hab Lenny. Lenny hat Rot, ne? Ja, belastend. Richtig belastend ist, dass ich einfach geradeaus runtergelaufen bin. Wir haben auch voll Rusher-Liner. Henzo fragt, du Astrid, wie kann ich den Leuten klar haben? Hauptsache, wir haben alle Spammer und wir haben alle Rusher. Ja, Bennny. Opfer, ne? Ja, warte. Warte, ich drop mal. Warte. Ich geh jetzt hoch, ich geh jetzt hoch, hinten über den Konterweg. Lenk den mal ab, Leute. Lol. Blocker. Hat noch jemand Blocker? Ja, ich hab 48. Ja, down. So, ich bogen, machen wir noch. Also. Keine Ahnung. Die kommen jetzt mit nem Bogen hoch. Auch das ist ein Rot. Die kommen jetzt mit nem Bogen hoch. Deo. No shift, einfach Deo. Deo. Hey. Moin. Macht ihr grad intern, oder? Ja. 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 Also, wenn's nicht genug sind, kann ich dann auch mitspielen. Ich krieg die Rot. Habt die Rot, habt die Rot down. Ja, da ist Bogen. Da ist ein Bogen. Führt den mal. Und ein Hafsdachter. Ja. Gut, der ist afkar. Damn Kotti. Gut, dass da ja auch weg ist. Damn Kotti. Damn Kotti. Damn Kotti. 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 Nein, als ob. Scheiße. Kotti, damn. Damn. Not. Damn. Kotti. Ja, Leute, seid ihr jetzt mal langsam oben, oder eher nicht so? Ja, da ist wohl einer ausgetan. Äh, Nebi hat aber gebraucht. Töt mal Nebi, bitte. Ja, mach ich doch mal. Ja? Dann stört nicht. Bleibt doch nicht dabei, Joni. Danke. Ich glaube, ich sterb. Ja. Würde ich mal hoffen. Oh, Wespe, du gehst aber weg hier. Okay, drei Herzen. Du gehst ganz flott weg, bitte. Wird ne knappe Sache. Jetzt mal Realtalk. Schafft ihr es oben? Wird knapp. Ist deren Bow oben? Ja, klar. Ist der schon da? Äh, nein. Nicht ganz oben. Dann Konter ich wieder hinten wartet. Er ist gleich da oben. Habt ihr oben? Habt ihr oben? Ja, ich bin grad oben. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komme. Dann geh ich vor, weil ich hab equipped. Sollen wir Bow-Change machen wegen Leben oder bist du full? Ähm, das lässt aber natürlich full. Ist deren Bow down? Nein. Nein. Ja, aber Benni, du kannst praktisch hochgehen. Hm, einer ist jetzt oben. Komm, Conti, das schaffst du. Klar. Achtung, Achtung über die, über die. Ich hab'n Schwert. Go, Conti. Conti, Conti, Conti. Ne, mir ist gleich da. Ne, mir ist gleich da. Die OP, Conti, Conti. Ne, mir ist locker 100 oder so. Doch, das ist Benni. Ne, mir ist locker 100 oder so. Doch, das ist Benni. Brauchte Essen. Nein, als ob ich noch... Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich bin jetzt oben. Achso, egal. Ich hab noch eins. Gut, deren Bow hat's wieder in die Base geschafft. Nur mal so, by the way. By the way, Alter. By the way. Wer braucht Essen? Ich. Achtung, Conti. Äh, Conti, nimmst du Bogen oben, oder? Ich kann nur unten werden, Mann. Achso. Kann überhaupt werden von uns oben. Kann überhaupt wer von uns irgendwas? Spaß. Eigentlich schon, ja. Warte, hier hast du noch nen Code. Ich hab, ich hab nen Code, ich hab nen Code. Also Höhe ist 100, okay. Hab diese Map noch nie wirklich gespielt. Auf jeder Map ist eigentlich 100, außer auf Desert. Ja, Desert ist halt Außenseiter, weißt du. Ja, weil Desert scheiße ist. Auf welche Höhe ist ein Desert? 99. Crap. Dann soll's doch eigentlich auch bei 160 funktionieren, oder nicht? Ja. 160 und 168 und 171 hinten. Also immer einen Block tiefer. Als du sonst kriegst. Als auf Rush oder so. Ja. Oder... Haben wir schon nen OP-Weg? Ne. Ach lol, ich muss nur einen höher. Ah, find ich gut. Ja, zieh mal einen bitte. Wir ziehen unten rum. Hast du nen Cop? Ja. Gut. Wenn ihr MLG macht, sagt's dann, ähm, rush ich 1-Stack runter. Äh, unten ist ein Full-Equipter. Äh, unten ist ein Full-Equipter. Ja, zieh mal unten, zieh mal unten. Unten bauen die weiter gleich, pass auf. Jawohl, ne-Ellertsch ist. Und ne EP, 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 Betheck. Als auf. Hä, wieso haben die schon ne EP nach? Ja, die haben schon Mitte gehabt. Ja, die haben Mitte ohne. Okay, MLG, warte, äh, ja okay, du hast... Warte, mach auf. Warte, ich mach auf. Okay, warte, ich hab hier... Warte, wenn ihr macht. Geradeaus runterlaufen, ne? Ja. Ne, laufen. 3, 2, 1 Schön, schön, schön Nice Und euch Schönes Ding Ich hab 3 Gold gelootet Bob, baut den Spawn dazu Und ich hab noch mehr Gold, ich hab 6 Gold jetzt Will der einen Bogen? Ne, mach lieber Eisenschwert für 101 Ich würde sogar Stärke machen, weil der hat doch jetzt auch euer Gold Ich hab das nicht zu verantworten Ja, dann gib mir das Gold Ich hab den gedroppt Ich hab noch mal 2 Ich bin in der Mitte Legs einfach da hin, ich nimm's Wo ist das Gold? Ähm, hier Ey, das Eis hat das Bett geholt Wieso ist Lela eigentlich geliebt? Ich bräuchte ein bisschen Bronze Weil Lela Probleme mit anderen Menschen im Clan hatte Damit sag ich jetzt mal nur, dass er mit Triss zu Schluss gemacht hat Ich hab ein Endertest von denen Baut ihre Endertests auch ab und wieder hin Baut ihre Endertests auf und wieder hin Kann man werden Feuer zu geben? Ich spawnt jetzt nicht sofort mit Feuer Leute? Ich geh jetzt hoch, ich geh jetzt hoch Habt ihr die Endertests von denen abgebaut? Nein Ja macht mal Ich geh gerade hoch Warte, ich mach jetzt, ich mach jetzt Als ob ich meine Picke gedroppt habe Sooo Ist Replaced? Ja Okay, ich hab jetzt wieder eine Picke Hier, 2 Gold Oh, 3 Gold Nice Wie kostet das eigentlich ein Call? Ach, okay, falls Hätt ich besiegen Und noch was Komm bitte noch ein Wie viele User hat eigentlich so ein teuer Zeug? Glaub, äh, das ist noch voll Äh, Bau ist jetzt in OneStack Nein, das ist nicht Beallt euch am besten Äh, doch, es ist noch voll Also Ich hab Warfare, aber ich täusch mal anders An sich 64 Er geht back Leute? Ja? I'm Misha Spammer oder Rasha? Rasha, glaub ich Okay? Misha ist eher Misha ist eher Rasha Okay User left your channel Rückporten kann der Typ sich jetzt nicht Ja, wir uns auch nicht Wir uns auch nicht Weil er eingebaut hat Ja, ich aber auch mit Feuer Und Kopfhör Lass dann wieder MNG auf ihn machen So will ich nicht, dass mein Gespräch Der Speck ist, Alter, der Der feiert Den Sevilla des Todes, ne? Ja, der hat's geschafft, der Typ, ne? Ey, lass jetzt MNG machen wieder Hey, ich bin gerade schon vor seiner Base auf dem OneStack Ja, ja, dann machen wir wieder genau dasselbe Einer vor dem OneStack, die anderen MNG Können doch alle save, oder? Ja, ja Ich ja Ich geh, ich geh jetzt vom OneStack weiter runter, ja, Leute? Ja, ja Hey, ist der doof, er setzt oben drauf den Eisenblock Man könnte sich jetzt porten Soll ich? Nein, 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 nein Mach als Ablenkung Nein, 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 nein Aber brech ab Man spawnt, man spawnt, äh, unten, ne? Ja, ich mach schon die ganze Zeit mit Ablenkung Wenn man's nicht warpt, dann spawnt man Achja, stimmt ja, wenn man sich warpt, spawnt man unten, richtig Gut aufgepasst, Bro Ich mach mir noch nen Eisenschwert und dann können wir... Ich hab auch schon nen Eisenschwert, Meep Ich hab Stärke Okay, Leute, sollen wir drauf langsam mal Der baut schon mal auf Playweg Ja, ich geh schon mal den OneStack weiter runter Bro, Playweg Ach, so dass wir nicht abgeschossen werden können Ich mach MLG immer mit Butterfly Und ich hab jetzt auf einmal zwei Kopplett Ja, ich weiß, dass er einen Eisenschwert hat Wer ist'n das? Mr. Kleinsmode Wieso, wieso hat der den Spawn von oben zugebaut? Dann spawnt die oben drauf Nein Nein, dann spawnt drin Nicht bei Ward Powder Nicht bei Ward Powder So Der Benni dürften wir ja eigentlich holen Er hat eigentlich mal nen Bogen krank Ne, er hat noch keinen Boden, er hat Ward Eisenschwert Warte, was ist wenn er sich in die Base portet? Dann bleib ich da Dann bleib ich da Dann bleib ich da Müsst ihr den aber türen, weil ich bin nicht alleine gegen Ben Ja, Leute, könnt ihr jetzt mal langsam kommen Ja, ich bau doch grad auf Playweg Ja, ich bau doch grad auf Playweg Kopplett Feuer, alles ist rumgetan, ey Ich bau doch Ich bau doch Ich bau doch Ich habe keine Blöcke mehr Oh shit Ich hab jetzt auch 156 geht Ich kann jetzt auch 197 Das Bodeu wird ja verlieren wer ist Lissi Nico FNA Nummer 1 keine Ahnung hat den Clan grad verlassen so fuck ich hab den ja noch in Umbriff lol wer war das wer ist Mod oder Liga im Clan im Game äh keine Ahnung ob ich schon Wangen hab weil dann geh ich nicht mehr raus der ist gleich down Leute durch den Bow ja runter MLG in 3,2,1 runter 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 als ob ihr es mit MLG lol Mädels wenn ihr verkackt werdet ich fick euch er hat Rettungsplattform geused lol GG nice one als ob ihr es mit MLG geholt habt alter ich mein ich hab noch 7 Blöcke unten dran platziert also kein Stress und wo bauen die denn die bauen bis zu tiefer wir sind höher Micky unser Eisen Micky 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 hab ich geholt ich komm jetzt auch mit ich hab keine Pickel Leute ich hab aber ne äh Leute ich hab keine Pickel ich hab keine Pickel ich hab auch keine Pickel man ich hab aber equip ja dann bauen wir rüber hier komm hier deine Pickel als ob hey oh Gotti ach Junge toll er leckt halt mehr als seine Mutter alter wird jetzt witzig ich muss jetzt hier alle schön aufhalten ach ich hab die aufgehalten und ich bin das leider down ich bau den One Stack ab ihr müsst halt dann jetzt schnell ja irgendwann muss Bogen machen ne ich mach keinen Kotti mach du ne hey nein also er muss sich holtern ein Blick ganz vorne beim Weg oh mein Gott dann sag doch was eh alter ich werd auch die Position angucken wir sind Sam irgendwie sind eigentlich nur Rusher und bau unten ja trotzdem jetzt kommen wir jetzt kommen wir so 50 Jahre später hoch ah dann geht wieder nach oben ja ich hab die ja sau lange aufgehalten ja der One Stack von denen ist komplett weg pass auf Deo kommt äh die bauen unten oh lol wieso fand ich mich nicht wusste welche Höhe ist die Base 100 gell ja 100 ja 100 ja 100 Benni du musst halt nur aufpassen weil die ist unten ziehen ne ja ja ich will schon auch die sind unten schon richtig wenn ich hoffen weil dann hol ich jetzt deren Bett ok ja die haben Bow Base Base Bow ja ich nimm ich sag's immer andersrum ich sag's einfach immer andersrum ich auch manchmal wenn ich unter Druck stehe mein Pinkel naja er geht nach oben On Stack ja der Bow geht nach oben ganz leicht ja ähm 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 äh never 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 together er muss ja nen Weg bauen äh unten Bitter Sperm ja entschuldige den Nippel stopp mir das warte ich soll ich den ne der baut sich den Base ne ja als ob er in meinen Korbep rein rennt soll ich mal versuchen ihn zu stompen ja kann's machen eigentlich das lehnt die ganz gut von der Position hier drei Hits ne ich kann ihn nicht stoppen der fliegt nicht weil der kann halt nicht weiter bauen genau boah ich brauche halt auch ein One Stack ein paar Blöcke das wäre ganz schön ey warum ist denn der One Stack so viel zu hoch ich brauche ein TNT-Shot TNT-Shot ist ein TNT lohnt sich sowieso erstmal nicht so die könnten halt übelst früh early AP machen deswegen müssen wir aufpassen Leute so wie ich vorhin seit das war so ein nice 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 wirklich hab ich doch gesagt ich hol das hast du ein paar Blöcke ja klar ah ja klar that's team playing bro unten läuft wieder einer pass auf der leckt auch mehr als seine Mutter alter hier ist mein Freund wieso baut der weiter unten ey das ist so dumm frag mich doch nicht täglich die Leute nice ein Kill meine Stats Leute die wollen unten safe wir müssen am besten hinter die unten abbauen ja das machen wir ja schon ja könnten nirgends hier fehlen egal seine Hits waren komisch man Theo ist getan der hab getötet ja nein aber der ist jetzt grad auf Party gelieft und irgendein oh das seh ich eigentlich oh ja nice was hast du gemacht Micky? hab mir nebens Cop-Up gesprungen das schafft auch nur eine Maus ey da ist der nächste auch tot Joni ist auch down ne wer ist down? Mpix ja den hab ich geholt und Lenny war richtig low Trashy und Lenny und beide von und keiner von denen kann EPS werfen ja doch Trashy hat letztes Mal unter doch Lenny kann bisschen hä Trashy auch die wirft immer unter die Base durch also ich sag nur eine Runde wirft die unter den P-Schutz durch unter die Base war richtig geil kam natürlich nicht an Micky das nochmal wieder ich hab mich nicht vernünftig getroffen das hast du mich grad abgeschossen? äh die EP soll nur noch 11 Gold kosten die kostet dann noch 11 Gold was? deswegen hattet ihr auch grad so früh EP ok Reku ist raus nooo oh Trashy ist low hab Trashy find ich gut Lenny raffst du dich dass ich hinter mich steh tisch 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 tisch